Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Archetypische Kosmologie. Wie immer finden Sie unsere Sendung Dr. Peter Niehenke im Dialog auf der Internetseite dialog.vonabisw.de und unserem YouTube-Kanal Archetypische Kosmologie. Der Chefredakteur des Magazins Meridian mit Sitz in Berlin, früher Freiburg, Markus Jehle, hat zu der Bedeutung von Dr. Peter Niehenke im Feld der Astrologie 2003 hier zu sehen. Dann gibt es auch noch auf der Internetseite von Peter Niehenke, worüber wir später ausführlich sprechen werden. In diesem Interview mit der Überschrift Ich mag keine Krämerseelen führte Markus Jehle aus, Zitat, Peter, deine Verdienste als Astrologe sind unbestritten. In deiner Zeit als DAV-Vorsitzender von 1981 bis 1991 hast du aus einem zerstrittenen astrologischen Altherrenklub einen modernen Berufsverband gemacht. Durch eine engagierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hast du für eine seriöse, verantwortungsbewusste Astrologie geworben. Deine streitbaren Fernsehauftritte sind Legende, da sei nur erinnert an den heißen Stuhl bei RTL. Dir ist es gelungen, ein astrologisches Einsteigerbuch in der gelben Reihe des Reklamverlages zu platzieren. Das ist heute in einer neuen Ausführung etwas größer bei Reklamen noch zusätzlich erschienen. Du hast 1986 über ein astrologisches Forschungsthema promoviert. Das ist diese Doktorarbeit, kritische Astrologie. Und seit 1991 einen staatlich anerkannten Astrologiefernkurs etabliert. Heute leitest du ein DAV-Forschungs- und Ausbildungszentrum und hast soeben die Deutsche Akademie für Astrologie mitbegründet. Ende des Zitats. Der Chefredakteur des Meridian bezieht sich hier darauf, dass Dr. Peter Niehenke in der Rezeptionsgeschichte der revidierten Astrologie nach Thomas Ring eine wesentliche Rolle spielte. In der Universitätsgeschichte der Neuzeit war es eine Dissertation, die ich hier nochmal hochhalte. Kritische Astrologie zur erkenntnistheoretischen und empirisch-psychologischen Prüfung ihres Anspruchs. Ein ähnlicher Sturm im Wasserglas wie die Promotion von Elisabeth Tessier, der Hofastrologin von Präsident Mitterrand an der Pariser Sorbonne. Die Dissertation von Dr. Niehenke war auch Gegenstand des Astrologischen Forschungstages am 8. Dezember 2007 in Hannover. Wir hätten uns also natürlich dieses Gespräch heute auch schenken können, weil Dr. Niehenke sowohl sein Reklambuch Astrologie eine Einführung als auch seine Dissertation kritische Astrologie vollständig frei verfügbar ins Netz gestellt hat. Und wir in Hannover auch dieses Buch in PDF-Form frei im Netz verfügbar gemacht haben. In dem Artikel von 2003, also in diesem Artikel, den ich vorher hochgehalten habe, ist auch das Horoskop von Dr. Peter Niehenke abgedruckt. Für Interessierte, seine Horoskopdaten sind Montag, 9. Mai 1949, 22.22 Uhr, Geburtstag korrigiert durch Dr. Peter Niehenke, selbst geboren in Hamm bei Arnsberg. Was ihn gegenwärtig im Jahre 2019 umtreibt und interessiert, kann man sehr ausführlich bei Facebook unter Peter Niehenke finden. Bei Facebook reicht der Interessenspannungsbogen von Dr. Peter Niehenke von Quantenphysik und künstlicher Intelligenz über Bewusstseinsphilosophie und Bewusstseinspsychologie, der Mensch als Biomüll bis hin zu China und den dortigen Werte- und Moralproblematiken. Aber wie immer ist der persönliche Gedankenaustausch etwas anderes als Gedrucktes. Und deswegen freue ich mich, heute mit Peter Niehenke, mit dem ich schon sehr lange per Du bin, in diese vielfältigen Aspekte seines Menschenbildes, seiner Astrologie und seiner Spiritualität einzusteigen. Herr Peter, herzlich willkommen. Wie immer als erste Frage, wie sieht dein Alltag 2019 im Emmental in der Schweiz und eventuell zusätzlich im Astrologiezentrum Würzburg und in der ursprünglich von dir mitorganisierten Internet-Astrologiezentrums GmbH aus? Du hast das Wort. Ja, okay. Also, ich würde diese Frage gern in zwei Teile teilen. Also, das eine ist die Frage, wie sieht mein Alltag aus? Also, da denke ich an so einen typischen Tagesablauf. Und das zweite ist die Frage, was bewegt mich? Also, das eine ist mehr so, was tue ich? Und das zweite wäre, was bewegt mich innerlich? Also, sowohl intellektuell als auch emotional. Und zum Tagesablauf gehört natürlich ganz wesentlich der Beruf. Also, wo bin ich? Also, lass mich kurz einfach mal so schildern. Also, wo bin ich? Im Moment bin ich in Affoltern, in der Schweiz, in einem Haus. Dieses Haus ist ein Vereinshaus. Also, das gehört dem Verein Affega. Die Arbeitsgemeinschaft für Grundlagenforschung, die gegründet wurde von meinem Partner und mir vor, ich weiß nicht, im Jahre 2009 oder so. Das habe ich gesehen auf deiner Homepage. Ganz genau. Und ich lese mal vor, was der Sinn von der Affega ist, weil das brauchen wir noch, weil das ist ja jetzt hier ein Vereinshaus. Und ich wohne da drin und ich habe in diesem Haus ein lebenslanges Wohnrecht. Aber das Haus gehört mir nicht. Es gehört dem Verein. Und der Verein, der hat folgende, nach Satzung folgende Aufgaben. Also, erstens, Forschungswerpunkt ist die Erkenntnistheorie der Astrologie. Also, Forschungslogik, Methodik der Forschung, angemessene Forschungsstrategien. Zweitens, Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten mit Fokus auf eine Fragestellung aus dem Bereich der Astrologieforschung. Diplomanten und Doktoranden, die für ihre Forschungen im Bereich der Astrologie Unterstützung bezüglich konkreter astrologischer Fragestellungen, als auch bezüglich des Designs ihrer Untersuchungen und so weiter benötigen, können sich an den Verein wenden. Drittens, Aufbau einer zentralen Erfassungsstelle für astrologische Forschungsvorhaben in der Welt auf der Grundlage einer computergestützten Datenbank. Und viertens, Bewahrung und Weiterentwicklung des Lebenswerks von Dr. Niehenke, der sich in besonderem Maße um die Erkenntnistheoretischen Grundlagen der Astrologie verdient gemacht hat, durch Finanzierung von Forschungsvorhaben und Bereitstellung von Ressourcen für seine Forschungstätigkeit. Das also ist die AFEGA, die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Erkenntnistheoretischen Grundlagenforschung in der Astrologie. Und der AFEGA gehört das Haus, in dem ich hier bin. Das hat, also mein Partner und ich gemeinsam haben dieses Haus gebaut und ich kann in der Schweiz gar kein Haus besitzen. Das ist gar nicht möglich als Ausländer. Das gehörte also meinem Partner. Und aus Gründen, die in diesem Interview noch erwähnt werden, war es nicht tunlich, dass mein Partner mir das Haus vollständig vererbt, als er starb. Weil ich ja durch meine bürgerrechtlichen Aktivitäten, das wäre mir sofort weggenommen worden, sozusagen. Aus dem Grunde ist das so gemacht worden, dass er das Haus dem Verein vererbt und vererbt hat. Und ich habe ein lebenslanges Wohnrecht in diesem Haus. Das Haus gehört also diesem Verein? Nein, jetzt machen wir mal eine Pause. Ich habe dazu eine Frage. Das klang für mich so, ich habe ja mal in Freiburg, als du noch in Freiburg gelebt hast, an einer Veranstaltung teilgenommen, die von der Forschungssektion des Deutschen Astrologenverbandes durchgeführt wird. Leiter der Forschungssektion war Dr. Peter Nienke und da waren dann interessante Leute dabei. Und das, was du gerade als Vereinszweck beschrieben hast, das klang so, als ob das ungefähr dasselbe ist, was früher die Forschungssektion gemacht hat. Ja, es ist nicht eine Forschungssektion, sondern das war das Forschungszentrum Freiburg. Also ich habe ja bis zu meinem Austritt aus dem Deutschen Astrologenverband, habe ich das Freiburger Ausbildungs- und Forschungszentrum geleitet. Und diese Forschungssymposien, die ich dreimal im Jahr abgehalten habe, die fanden eben in Freiburg statt. Aus Gründen, die wir auch später weiter erläutern können, bin ich ja jetzt nicht mehr Mitglied im DAV und bin aber weiterhin forschungstätiger Astrologe. Und dieser Verein wurde eben zu dem Zweck gegründet, diese Tätigkeit weiter institutionell zu unterstützen und auch eine Institution sozusagen zu haben, in die das eingebettet ist. Also war mal ein Eindruck richtig, dass du einfach eine Kontinuität in dieser Freiburger Arbeit jetzt in der Schweiz fortführst. Ganz genau. Und also wohnen tue ich, also wenn ich jetzt einfach schaue, wo wohne ich denn? Zum typischen Tagesablauf gehört ja, wo lebt man denn? Und ich lebe sowohl in Würzburg als auch in Affoltern. Ich bin ein Teil der Zeit in Würzburg und ein Teil der Zeit in Affoltern. Das Affoltern hier, das Haus, ist, wie ich sagte, ein Vereinshaus und es ist auch wirklich so, dass das Haus zu so einer Art Treffpunkt geworden ist, was es auch sollte, also das war auch so geplant, zu einer Art Treffpunkt für verschiedene Vereine geworden ist. Also einerseits natürlich, das Zentrum ist die Affega, diese Arbeitsgemeinschaft, aber ich bin ja sehr, ich war sehr, sehr intensiv bürgerrechtlich aktiv, bin das immer noch und für die im Zusammenhang damit stehenden Aktivitäten ist das auch ein Treffpunkt geworden. Das heißt also, hier treffen sich Mitstreiter von mir und wir haben also hier sozusagen so einen Treffpunkt. Also es ist einerseits... Aber es ist nicht so eine Art Hauptquartier. Wie bitte? Es ist kein Hauptquartier, diese Bürgerrechtsaktivisten. Nein, das kann man so nicht sagen, weil diese bürgerrechtlichen Aktivitäten, über die wir ja später noch ausführlicher reden werden, die haben kein Hauptquartier, die sind nur virtuell existent. Das heißt also, das ist einfach ein Treffpunkt für uns, für die Leute, die dort arbeiten. Hier haben wir die Möglichkeit, weil seit mein Partner, mit dem ich das Haus zusammengebaut habe, seit der gestorben ist, ist das Haus ja sozusagen eigentlich... Also es war mal gedacht als unser gemeinsames Rentnerleben sozusagen. Jetzt für eine Person ist es wirklich ein bisschen groß und aus dem Grunde finden hier solche Dinge statt. Wie wir später auch noch besprechen werden, vermieten wir auch. Also der Verein, nicht ich persönlich, sondern der Verein, dem ja das Haus gehört, vermietet auch. Auch hat in der Vergangenheit so als Ferien, also Zimmer vermietet und im Moment ist es so, dass betreute Ferien für Senioren angeboten werden. Darüber können wir später alles nochmal reden. Im Moment geht es mir nur darum, so einen Überblick zu geben. Genau, bei Facebook, das werden wir dann, wenn wir daraufhin den Einzelnen... Im Moment möchte ich erst einmal so einen Überblick geben, so einen Abriss. Also das ist die Wohnsituation. Also ich bin sozusagen, pendle zwischen Affoltern und Würzburg, pendle ich hin und her. Und in Würzburg gibt es zwar noch eine Geschäftsstelle von dem Ausbildungszentrum, aber es gibt in Würzburg jetzt kein Ausbildungszentrum mehr. Da gibt es aber noch richtige Räume. Nein, es gibt kein Ausbildungszentrum mehr, es findet dort auch kein Unterricht statt. Darauf kommen wir auch später durch meine bürgerrechtlichen Aktivitäten. Und dann ist dieser ganze Bereich, der etwas mit meiner vorherigen Tätigkeit als Leiter dieses Ausbildungszentrums zu tun hat, der ist dadurch im Prinzip durch meine Prozessgegner ruiniert worden. Also ich bin, wenn man so will, wirtschaftlich, also ist diese Firma im Prinzip, wenn man so will, kurz vor der Insolvenz. Das heißt also, du hast dann eine Postadresse, aber keine, keine Geschäftsstelle. Es gibt keine Räume und so weiter. Das ist die Sache mit dieser Firma und eben durch diese bürgerrechtlichen Aktivitäten bin ich gezwungen, sozusagen. Ich kann nicht einfach so, also jetzt als Privatperson, wenn ich jetzt als Privatperson zum Beispiel ziemlich viel Geld verdienen würde, würde das nur dazu führen, dass die ganzen Gläubiger, das sind hauptsächlich Rechtsanwälte von den Gegnern, die würden dann auf mich zukommen, sozusagen. Das ist alles halt einfach Teil dieses Vereins oder eben Teil der Firmen. So, das ist das. Das ist also das. Nun, zur beruflichen Seite. Heute, ich mache sehr wohl noch, also ich arbeite natürlich noch. Also was für den Verein angeht, ist das alles ehrenamtlich. Was für das bürgerrechtliche Engagement angeht, ist das alles ehrenamtlich. Aber ich mache auch noch Coaching. Und so, früher war ich ja primär Psychotherapeut und Astrologe, lange Jahre mit dem Schwerpunkt Therapie sexueller Störungen. Das ist auch heute noch so, dass ich als Sexualtherapeut arbeite, speziell wenn es um solche Dinge geht wie Erektile Dysfunktion, also Erektionsstörungen und solche Dinge. Also spezielle Fälle, sozusagen. Kommen die Patienten da zu dir? Genau. Also in Afford und in Ementon. Genau, das findet dann nur hier statt. So, und dann mache ich weiterhin astrologische Beratungen. Viel von diesen astrologischen Beratungen auf demselben Wege, wie auch dieses Interview jetzt stattfindet, also über Skype oder über solche Medien. Aber eben das Zentrale, das was ich am meisten mache, ist Coaching. Und zu Coaching will ich deshalb, weil das der Schwerpunkt ist, sozusagen einfach ein paar Worte sagen. Normalerweise kennen wir diesen Begriff Coach, den kennen wir aus dem Sportbereich. Und das heißt also Coach von Sportlern. Und unter Coach versteht man eigentlich eben so jemanden, der aus dem Metier irgendwie kommt und seinen Schützling sozusagen relativ umfassend unterstützt. Und nun, ich bin kein Sportler, ich habe auch tatsächlich keine Sportler als Klienten, aber das Coaching verstehe ich tatsächlich auch so. Also ich habe als Therapeut gearbeitet jahrzehntelang und mir wurde im Laufe der Zeit, dass das Setting, also diese Beschränkungen, die man sich in der Therapie auferlegen muss, also wenn man das Legeartis machen will, die wurden mir zu eng. Also ein ganz bedeutsames Prinzip in der Psychotherapie ist ja diese Abstinenz, dass man selbst als Therapeut jetzt zum Beispiel nicht hierher geht und dem Klienten bei irgendetwas konkret hilft. Sondern die einzige Aufgabe besteht darin, dass man ihm sozusagen Klarheit verschafft oder dass er sich Klarheit verschafft in der Therapie. Die Therapie ist auch abstinent in dem Sinn, dass da der Klient, der sitzt mir gegenüber oder er liegt auf der Couch bei der Psychoanalyse und ich interagiere nicht mit ihm. Also so wie heute, wo ich ein bisschen zurückhaltende, weil ich dich erstmal den Überblick geben lasse. Ich halte mich zurück. Genau. Und beim Coach ist es ganz anders. Der Coach ist so, dass er jemanden durchaus auch, ich sag mal so, bei der Hand nimmt, wenn das notwendig ist. Das heißt also, er geht vielleicht sogar mit jemandem zu irgendeinem Amt, wenn er diese Unterstützung braucht oder zu einer Gerichtsverhandlung, wenn er diese Unterstützung braucht. Ich würde sagen, der Coach, der ist so eine Mischung aus Therapeut und Seelsorger und Beichtvater sozusagen und Freund und Schulter, an die man sich anlehnen kann. Aber auch jemand, der sich für alles Mögliche sozusagen um alles Mögliche kümmert, was in irgendeiner Weise dem betreffenden Schwierigkeiten macht. Das ist also ein ziemlich umfassendes Konzept und bei mir ist das so, dass die Coaching-Klienten tatsächlich auch das Recht haben, mich mitten in der Nacht notfalls anzurufen. Die haben so eine spezielle Telefonnummer, die nur meine Klienten haben und das ist die einzige Nummer, wo es auch nachts klingelt. Und davon machen die auch durchaus Gebrauch. Also ich hatte einen Bauunternehmer aus der Nähe von Düsseldorf und der telefonierte manchmal nachts zwischen eins und drei. Also Coaching bedeutet für mich also sehr umfassend für jemanden da zu sein. Ja, das klingt aber natürlich nach einem Luxusmodell von Hilfestellung, das man normalerweise gar nicht bezahlen kann. Ja, das ist richtig. Es ist etwas, was nur privilegierten, also finanziell privilegierten Menschen sozusagen zur Verfügung steht, weil das natürlich einfach sehr teuer ist. Das ist ja klar, wenn jemand mich nachts anruft, zahlt er natürlich Nachtzuschlag und wenn jemand mich sehr viel in Anspruch nimmt, natürlich wird es abgerechnet nicht pauschal, sondern nach Stundeneinsatz. Also auf gut Deutsch eine Luxus-Lebenshilfe. Genau. So verstehe ich Coaching. Ich glaube, Coaching ist eigentlich immer so eine Art Luxus-Lebenshilfe. So, das ist das, wie Coaching aufgefasst wird. Aber nicht alle Klienten brauchen ja diese intensive Betreuung. Das klassische Coaching ist für mich das, wo man jemanden, der aus dem eigenen Berufsfeld kommt, wo man den unterstützt. Und das ist in meinem Fall nun mal die Astrologie. Und deswegen habe ich eben Coaching-Klienten, die sind einfach berufstätige Astrologen. Der größere Teil davon sind einfach ehemalige Studierende. Aber es gibt auch Leute, die gar nicht bei mir die Ausbildung gemacht haben. Und ich coache sozusagen Astrologen, die dann schwierige Fälle mit mir besprechen. Und da mache ich eigentlich das, was dem Coach in Sport relativ nahe kommt, wo ich also jemand bin, der aus demselben Bereich kommt und einfach jemanden, speziell natürlich Leute, die jetzt eher am Anfang ihres Berufs stehen, den so ein bisschen unterstütze. Also das denke ich jetzt ein bisschen abstrakt, immer nachgefragt. 40-Stunden-Woche für normale Angestellte und Beamte. Wie viele Stunden pro Woche Coaching und diese Art Lebenshilfe verfallen da an bei dir? Also es ist einfach so, bei dieser intensiven Betreuung, die das ja bedeutet, ist es faktisch nicht möglich, mehr als fünf Klienten gleichzeitig zu haben. Und wie viele Stunden pro Woche verbrauchen die Lebenszeit? Das ist einfach sehr, sehr schwankend. Und darüber will ich auch im Einzelnen keine Auskunft geben. Es ist halt so, dass das sehr unterschiedlich in Anspruch genommen wird und sehr phasenweise sehr intensiv. Und dann gibt es Phasen, wo es von einer bestimmten Person ganz wenig in Anspruch genommen wird. Sie haben da ja alle Flexibilität, die sie wollen. Und es ist ja auch so, dass ich eben nicht nur dieses Coaching mache, sondern ich mache eben weiter auch Therapie sexueller Störungen. Ich mache weiter astrologische Beratungen und ich betreue weiter den Rest an Studierenden, die das Ausbildungszentrum ja noch hat. Und wir werden ja in späteren Abschnitten dieser Serie, werden wir ja daraus zu sprechen kommen, warum es denn eigentlich nur noch wenige Studierende hat. Das hängt natürlich, wie ich das ja schon so ein bisschen angedeutet habe, mit meinen bürgerrechtlichen Aktivitäten zusammen und dem, was daraus für Folgerungen entstanden sind. Also das wäre jetzt einfach, wenn ich mal so einen Tag versuche zu schildern, dann ist das so, ich stehe auf, ich mache mein, ich mache, das ist ganz bedeutsam, ich mache meine Yoga-Übungen, mein Training sozusagen. Morgen um fünf oder mittags um eins? Weder noch, also ich stehe so zwischen zehn und elf, stehe ich auf in der Regel, aber manchmal auch später, weil ich manchmal auch bis nachts um fünf Uhr arbeite. Also ich bin da, bin da also sehr, sehr flexibel und also ich stehe auf, ich mache mein Training, das ist sozusagen ein Muss, damit ich einfach, damit ich einfach fit bleibe. Und wenn du Yoga machst, nicht so schnell, welche Art von Yoga? Also keine bestimmte Schule, einfach bestimmte Übungen, die sich für mich als wertvoll erwiesen haben. Ich meditiere jeden Tag mindestens eine Stunde, manchmal aber auch zwei oder drei. Und machst du das Sinn, Meditation oder was anderes? Auch nicht irgendeine spezielle Schule. Ah, okay. Also nichts, bei mir gibt es überhaupt gar nichts nach irgendeiner speziellen Schule. Kommen wir darauf später nochmal zurück auf deine Meditation? Wir kommen darauf später gern noch einmal zurück. Also ich meditiere dann, gibt es natürlich sehr viel Verwaltungsaufwand. Ist ja klar, es ist ja dieses Haus und ich habe das Wohnrecht, ich bin aber auch damit automatisch. Alle Menschen, die das Wohnrecht haben, die müssen dann auch dafür sorgen, dass das Haus in Schuss gehalten wird und so weiter. Das ist ein Vereinshaus zwar, aber eben, ich bin verantwortlich dafür. Und das mache ich und dann mache ich eben astrologische Beratung, Therapien und Coaching. Und ich bin ein wesentlicher Teil meines Tagesablaufes ist, dass ich mich für die Dinge, für die ich brenne, und darauf kommen wir jetzt ja in dem nächsten Abschnitt dieses kleinen ersten Teils, dass ich mich damit auseinandersetze. Und vielleicht sollte ich da jetzt zu übergehen. Also ich bin ja sowieso ein Fan von, ich bin ein Fan von Technik schon immer gewesen und insbesondere der Kommunikationstechnik. Und ich bin, ich muss jetzt einfach mal ein kurzes Loblied auf YouTube singen, weil ich erstaunt bin. Also ich bin bei YouTube seit längerer Zeit und ich schaue mir halt die Dinge an, die mich interessieren. Und ja, dazu zählt, also ich finde es faszinierend, dass ich via YouTube, aber auch via andere Kanäle, aber speziell via YouTube, damit fing es an, dass ich die Möglichkeit habe, Vorlesungen in Berkeley zu hören oder an irgendeiner kalifornischen Universität. Ohne Probleme kann ich von Affoltern aus, kann ich diese Vorlesungen hören und ich nutze das sehr intensiv. Also ich höre... Ja, da kann ich was einwerfen. Der Grund, warum wir heute überhaupt im Interview sind, war, dass ich bei YouTube einen Vortrag mir angeguckt habe, so wie du es schilderst, von Becca Tarnas, und zwar ihre Doktorverteidigung, ihre Gerosum. Und wegen dieses YouTube-Videos bin ich auf die Idee gekommen, was Neues zu machen. Ja, genau. Also bei mir ist es so, eben ich habe, ich habe ja Physik und Mathematik studiert, neben der Psychologie. Aber ich habe Physik und Mathematik studiert und natürlich mein... Also das, was mich schon seit meiner Kindheit bewegt, ist, ich möchte die Welt verstehen. Das würde ich jetzt mal sagen, so Bereich Physik. Ich möchte die Menschen verstehen und ich möchte mich selbst verstehen. Und um die Welt zu verstehen, gut, dazu gehört, dass ich... Also da haben die Naturwissenschaften eine große Rolle und ich bin natürlich fasziniert von dem, was es an neueren Entwicklungen gibt in der Physik, also die Quantentheorie und die künstliche Intelligenz, die ganze Informationstechnologie und so weiter. Und da bin ich sehr, sehr intensiv unterwegs. Und ich bin fasziniert davon. Ich würde das gerne jetzt in der Übersicht noch nicht so weit vertiefen. Das machen wir, wenn es um den biografischen Teil geht, können wir daher noch drauf zurückkommen. Im Moment ist es einfach so, dass es mir darum geht zu sagen, also ich finde das einfach faszinierend, wie gut diese Algorithmen von YouTube funktionieren. Also früher war das so, ich kriege halt, wenn ich bei YouTube reingehe, kriege ich halt Vorschläge. Und Vorschläge, was ich mir anschauen kann. Und früher war das so, dass davon 90 bis 95 Prozent für mich uninteressant war. Und heute ist es so, ich kriege Vorschläge und 50 bis 60 Prozent davon sind für mich hochinteressant. Ich finde das faszinierend. Also ich finde das wirklich faszinierend, dass 50 bis 60 Prozent, also so gut sind die Algorithmen. Und manchmal ist es wirklich so, wie es ja so heißt, die Algorithmen kennen uns besser als wir selbst. Manchmal ist es so, dass ich dann etwas sehe, also mir etwas anschaue, weil ich hätte danach nie gesucht. Aber ich schaue es mir an. Und bin dann fasziniert davon und denke, woher weiß der Algorithmus, dass dieser Film mir gefallen würde. Also es ist wirklich sehr spannend. Also das ist YouTube und ich sagte ja, ich habe ja schon angedeutet, also es ist etwas wirklich, also für mich ist das so, dass das, was im Moment, eigentlich schon seit 100 Jahren, aber im Moment gibt es so einen Hype. Was im Moment in der Kosmologie und in der Physik, speziell der Quantenphysik passiert, das finde ich unglaublich faszinierend. Mich interessiert, natürlich bei der Quantenphysik interessiert mich vor allen Dingen, interessieren mich die philosophischen Konsequenzen. Also die Konsequenzen, die das hat für unsere Welt und für unser Menschenbild. Aber es ist einfach auch, was es überhaupt, was die Quantenphysik überhaupt aussagt, finde ich, wie soll ich mal sagen, extrem, extrem faszinierend und verstörend. Als ich, als ich damals als jünger Student Physik studierte, da machte ich das, weil ich mich mit etwas beschäftigen wollte, was man nicht verstehen kann. Und für mich war das klar, Relativitätstheorie und Quantentheorie kann man nicht verstehen und deswegen habe ich das gemacht. Und dann kam ich ja, wir kommen darauf später, wenn es um meine Biografie geht, kommen wir darauf ja zurück. Ich kam in Kontakt mit der Astrologie und dann dachte ich, dachte ich mir, das kann man ja noch viel weniger verstehen. Also wenn die Astrologie wahr ist, dann ist die Welt sowas von vollständig anders, als wir uns das denken. Ich muss also Astrologie machen, wenn ich tatsächlich mich mit dem beschäftigen will, was man nicht verstehen kann. Und das ist geblieben sozusagen, die Faszination von dem, was an der Grenze des Verstehbaren, des rational noch Nachvollziehbaren, was an dieser Grenze liegt. Und dazu zählt ganz sicher die Astrologie, aber mittlerweile weiß ich, dass die Astrologie im Vergleich zu dem, was die Quantentheorie uns zumutet, geradezu familiar, also geradezu etwas Banales, Selbstverständliches und mit unserem Weltbild total Vereinbares ist, wenn man es vergleicht. Es ist wirklich sehr faszinierend, weil die Quantentheorie ist die erfolgreichste Theorie, physikalische Theorie aller Zeiten. Denn ihre Vorhersagen trafen bisher, also man kann, die macht Vorhersagen, dann kann man Experimente machen und die Vorhersagen, alle Vorhersagen der Quantentheorie, alle Vorhersagen der Quantentheorie trafen bisher mit einer unglaublichen Präzision ein. Das, was die Quantentheorie sagt oder die Folgerungen aus der Quantentheorie sind die wissenschaftliche Grundlage unserer gegenwärtigen modernen Welt. Auf ihr basieren Laser und DVDs und natürlich die Möglichkeit, dass wir hier gerade ein solches Interview führen können über das Internet. Das wäre ohne Quantentheorie überhaupt gar nicht möglich. Navigationsgeräte und damit autonomes Fahren und so weiter und so weiter. Das klingt so, als ob du davon ausgehst, dass im Gegensatz zur Wissenschaftsgeschichte wir jetzt in einem Zustand sein, wo die Theorien von heute nicht mehr in der Zukunft falsifiziert würden. Also du steigst jetzt wieder inhaltlich, du steigst jetzt inhaltlich darauf ein, wir kommen auf das Thema Quantentheorie ausführlich zurück. Also wenn es nach mir geht, einen eigenen Teil der Serie. Ich will jetzt erst einmal nur so einen Überblick geben, weil jetzt geht es mir um mich und das, was mich bewegt. Das würde ich gerne schildern, was mich so bewegt. Also eben die Konsequenzen aus dieser so wahnsinnig erfolgreichen und wirklich von den Akteuren selbst vollständig unverstandenen Theorie. Die Konsequenzen daraus bedeuten zwingend, dass alles das, was wir bisher über Realität oder Wirklichkeit oder Objektivität dachten, dass alles das, was unser gesunder Menschenverstand an Vorstellungen über die Welt, die Natur, die Realität entwickelt hat, das was wir plausibel finden oder gar gewiss, dass all diese Überzeugungen ganz sicher falsch sind. Das ist etwas, das finde ich unglaublich. Die Realität ist so völlig anders als Newton oder sogar Einstein es sahen oder dachten. Und das Unglaublichste an dieser Sache ist, dass die Wissenschaftler und Techniker sehr erfolgreich diese, also eine Theorie nutzen und anwenden, deren Bedeutung niemand von ihnen selbst versteht. Wirklich niemand. Sie funktioniert. Aber seit mehr als 100 Jahren ist es ein Rätsel, was sie bedeutet. Nils Bohr ist einer der Väter der Quantentheorie. Und Nils Bohr sagte, wenn jemand behaupte, er habe die Quantentheorie verstanden, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass er sie nicht verstanden hat. Auf gut Schweizerisch würde man sagen, wem es bei der Quantentheorie nicht ablöscht, der hat sie nicht verstanden. Wie kann es für eine, was kann es, also die Frage, die ich mir stelle ist, was kann es für eine spannendere geistige Herausforderung geben, als die Beschäftigung mit solch einer Theorie? Verlangst du da nicht ein bisschen viel von Normalleuten, du hast ja Physik studiert, was ist denn, wenn jemand Religionswissenschaft studiert hat, kann der das? Also, ich verlange das ja gar nicht. Ich sage doch nur, was mich bewegt. Ich sage einfach nur, ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als mich mit einer solchen Theorie zu beschäftigen. Offensichtlich gibt es Menschen, die können sich spannendere Dinge vorstellen. Aber ich denke mal, dass man, um dich zu verstehen an der Stelle, sich schon klar machen muss, dass der Peter Nierhänge Mathematik und Physik studiert hat. Ja, klar, das habe ich ja nicht umsonst gemacht. Das heißt also, ich habe das ja genau deshalb gemacht. Du bist also in einem ganz kleinen Bereich der Menschheit unterwegs, der mit dir diskutieren könnte. Das will ich gar nicht so sagen. Also, wenn ich mir das anschaue, also auch da wieder YouTube oder einfach im Internet. Es gibt zahllose Seiten, in denen populärwissenschaftlich die wichtigsten Konsequenzen der Quantentheorie erklärt werden. Wirklich zahllose und auf allen Niveaus, also für Leute, die überhaupt keine naturwissenschaftliche Begabung oder Hintergrund haben, bis hin zu meinetwegen studentischem Niveau oder so. Und es ist etwas, es ist wirklich eine Art, es ist wirklich eine Art Hype. Also, weil, weil das so fremdartig ist, wir kommen darauf ja in einer eigenen Folge darauf zurück, Und weil das so fremdartig ist, was die Quantentheorie über unsere Realität sozusagen zu denken verlangt. Deswegen ist das ja so, dieses Befremdliche, das ist ja gerade das, was sie auch so faszinierend macht. Und die, ähm, aber eben, die Quantentheorie ist natürlich nicht das Einzige. Also, es ist auch nicht die einzige Herausforderung, der wir uns im Moment stellen müssen, an dieser Stelle der Entwicklung unserer, also der Menschheit sozusagen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass wir an einer, also, dass wir auf einen, auf einen, durch die künstliche Intelligenz und so weiter, auf einen Punkt zustreben in naher Zukunft, bei dem es eine fundamentale Veränderung, ähm, der, äh, menschlichen Gesellschaften, äh, geben wird. Eine fundamentale Veränderung wahrscheinlich der gesamten Menschheit, äh, und die Wissenschaftler, die sich damit intensiv, also unter anderem Zukunftsforscher, die sich damit intensiv auseinandersetzen, die nennen das eine Singularität. Also, in der Mathematik ist eine Singularität einfach ein Punkt auf dem Zahlenstrahl, wo irgendein Funktionswert nicht mehr berechnet werden kann, also in anderen Worten unendlich wird. Und es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, die sagen, eine solche Singularität erwartet uns im Jahre 2050, äh, wo es einen, einen Drehpunkt gibt, sozusagen, für die Menschheit, der, äh, der vergleichbar ist einem evolutionären Sprung, sozusagen. Das, äh, dafür gibt es gute Argumente, äh, dass das so sein könnte, und ich finde das sehr faszinierend. Neben der Quantentheorie, oder, darüber reden wir noch gesondert, neben der Quantentheorie und eng verbunden mit der Quantentheorie ist eben das Thema, wie ich schon sagte, künstliche Intelligenz. Und, ähm, bei der künstlichen Intelligenz, da geht es, also, ein, ein Leib- und Magenthema von mir seit zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten eigentlich schon, ist Bewusstseinspsychologie und Bewusstseinsphilosophie. Und die künstliche Intelligenz, die greift natürlich genau darin ein, was bedeutet das eigentlich, intelligent zu sein? Also, es geht um die Frage, was ist denn damit überhaupt gemeint? Was ist gemeint, wenn wir sagen, ein Wesen habe Bewusstsein? Was ist damit gemeint? Das finde ich eine extrem spannende Frage, um mich selbst zu verstehen. Also, einmal geht es darum, die Welt zu verstehen, es geht darum, die Menschen zu verstehen, das ist Soziologie und Sozialpsychologie, äh, und natürlich auch Psychologie, jetzt im Sinne der Individualpsychologie, und dann geht es darum, ja auch sich selbst zu verstehen. Und natürlich ist das, ist etwas, was wir bisher meinen, was uns Menschen auszeichnet, ist das, was wir Bewusstsein nennen. Und natürlich ist das eine total spannende Frage, was ist denn damit überhaupt gemeint? Und das interessiert mich sehr. Und es interessiert mich sehr, welche Konsequenzen künstliche Intelligenz den Wohl für die menschliche Zukunft hat. Das ist ein sehr intensiv diskutiertes Thema im Moment, auch so eine Art Hype wie bei der Quantentheorie. Und man findet auch dazu zahllose Beiträge bei YouTube und im Internet und Autoren wie der Hariri zum Beispiel mit seinem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit über, ich weiß nicht, Monate auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und der beschäftigt sich ja ganz intensiv eben mit den Folgen der künstlichen Intelligenz für die Menschheit, speziell in seinem letzten Buch Homo Deus. Und ja, da kommen wir, also die künstliche Intelligenz, das Thema, das leitet über zu einem intellektuellen, seit der Zeit, die ich im Gefängnis war, für mich besonders bedeutsam Thema. Das lasse ich so nicht. Du warst nicht im Gefängnis, du warst in Ordnungshaft. Ja, aber das war normal, das Gefängnis. Aber das ist nicht das, was Leute, die... Nein, nein, es war keine strafhaft. Du warst nicht verurteilt, du warst kein Staatssekretär. Du warst Opfer eines zivilrechtlichen Prozesses, wo eine durchgeknallte Richterperson dich in Ordnungshaft in einer Länge genommen hat. Und deswegen warst du physisch in der Justizvollzugsanstalt, aber in der Abteilung Ordnungshaft. Ja, ja, das ist richtig. Das war mir jetzt wichtig. Also es war eine Folge meiner bürgerrechtlichen Aktivitäten. Und ich würde schon sagen, was der deutsche Staat dort oder die deutsche Justiz mit mir gemacht hat, das ist ein monströses Verbrechen, was da an mir verübt wurde. Aber das soll ja später mal Thema sein. Das Wort Gefängnis lasse ich nicht so durchgehen. Okay, ich danke dir. Aber der Gefängnisaufenthalt war für mich eine sehr wertvolle Zeit. Wir werden darüber noch ausführlich reden. Ich bin sowas von in Frieden mit dieser Zeit. Es waren 17 Monate und sie waren quälend. Aber sie waren in dem zweiten Teil meines Lebens die bedeutsamste Zeit für meine persönliche Entwicklung. Und deswegen habe ich damit auch gar kein Problem mit dieser Zeit. Und in dieser Zeit habe ich mich eben, dort gibt es kein Internet und dort gibt es diese ganzen Möglichkeiten nicht. Und ich habe mich sehr intensiv mit Mystik beschäftigt. Und da will ich ein Wort, zu dem Thema Mystik will ich ein Wort sagen, weil das ist ein sehr zwiespältiger Begriff. Also Mystik ist irgendwie obskur, ganz nah bei obskur. Nein, nein, Moment, 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 nicht so schnell. Mystik, da gucke ich dann in die Geschichte, da kommt dann sofort Meister Eckehard und Ersch und alles andere als obskur. Ja, aber ich meine im umgangssprachlichen Gebrauch. Ja, das ist ja das Problem von umgangssprachlichen Menschen. Das ist halt einfach ein bisschen ein Problem dieser, also, ja, also, lassen wir das mal einfach so dahingestellt sein. Nein, 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 nicht so schnell. Das Wort obskur lasse ich dir genauso wenig durchgehen wie Gefängnis. Obskur für Mystiker, das geht gar nicht. Ja, ja, das ist ja klar. Ich meinte ja auch den umgangssprachlichen Gebrauch oder das, was normale Menschen und Wissenschaftler, was die sich so darunter vorstellen. Und deswegen will ich ja auch ein Wort dazu sagen. Also, ich habe mich auch im Rahmen meiner Doktorarbeit zur erkenntnistheoretischen und empirisch-psychologischen Prüfung des Anspruchs der Astrologie, habe ich mich intensiv mit Erkenntnistheorie auseinandergesetzt. Natürlich, wie, also völlig unvermeidbar, kommt man zu Kant und kommt zu den beeindruckenden Schlussfolgerungen. Also, an Kant kommt man sozusagen nicht vorbei. Man geht darüber hinaus, aber man kommt an ihm nicht vorbei. Es sei noch daran erinnert, das hatte ich in der Einführung schon kurz angedeutet, die ganze Dissertation im Volltext steht auf deiner Homepage, Astrologiezentrum.de steht sie zur Verfügung. Also, aber eben, bei Kant ist es so, also fast jeder hat schon mal, also ich will hier nicht irgendwelche erkenntnistheoretischen Spezialitäten ausbreiten, vielleicht später mal, aber fast jeder hat vielleicht schon mal so gehört, das Ding an sich. Und das Ding an sich bei Kant, damit meint er die Realität, wie sie tatsächlich ist. Also, er weiß, dass wir die Realität, wie sie tatsächlich ist, das ist ja objektiv so, wir können die Realität ja nur wahrnehmen durch unsere Sinne oder durch Messinstrumente, das ist nichts weiter als eine Erweiterung unserer Sinne. Das heißt also, wir kennen immer nur Erscheinungen. Das heißt also, wir wissen nur, wie sich die Realität in unseren Sinnen und in dem Wahrnehmungsapparat spiegelt. Wir können prinzipiell nichts darüber wissen, wie die Realität außerhalb, also objektiv, wie sie ist, sondern wir wissen nur, wie sie ist, im Spiegel unserer Sinne und unserer Messinstrumente. Das ist ja ganz klar. Das ist die Kritik der Reihen von uns, richtig? Genau, also das ist ganz selbstverständlich, dass das so ist. Und natürlich ist jetzt, also der Kant hat sich damit auseinandergesetzt, die spannende Frage ist, wenn wir jetzt über die Welt nachdenken, was machen wir denn dann eigentlich? Also, was bedeutet das eigentlich, dass wir nachdenken? Was bedeutet das überhaupt, dass wir denken? Und das ist etwas natürlich für jemanden, der Bewusstsein und sich selbst verstehen will, das ist eine spannende Frage. Und eben, da gibt es eben auf der einen Seite gibt es eben diese Kantsche-Position, der sagt, das Ding an sich ist nicht erkennbar. Und er setzt damit sozusagen so eine Grenze. Und ich fand das dann sehr faszinierend, weil ich diese Grenze schmerzhaft fand. Hast du sie akzeptiert? Nein, jein, nein, jein. Also, ich bin am Versuchen, am Erzählen, was da mit mir passiert ist. Also, ich fand diese Grenze schmerzhaft. Und ich weiß noch, wie ich mal zu einem Freund sagte, wir werden halt dumm sterben. Das war, also, so ein kleiner Vorgriff, ich habe Saturn im neunten Feld. Und das war wie so eine, so wie eine Bestätigung von Saturn im neunten Feld. So eine Art Resignation fast. Also, wir werden halt dumm sterben. Es gibt die Möglichkeit, dass man die positiven Seiten von Saturn beachten soll. Ich bin bei der Übersicht. Also, es war wie so eine, also sagen wir mal, eine Bestätigung des Schattens von Saturn im neun. So, ne? So. Und ich habe, also ich habe das schmerzvoll gefunden und habe dann, wollte mich damit nicht zufrieden geben. Und merkte, sehr spät erst, merkte ich, dass es einen sehr berühmten Philosophen gab, der das auch nicht wollte. Und das war Hegel. Also, Hegel hat Kant für genau diese Aussage, die ich so, die fand ich so bescheiden und bescheiden und irgendwie fast unumstößlich in ihrer Wahrheit von Kant. Also, ich fand das sehr beeindruckend. Und der Hegel hat Kant genau für diese Aussage ziemlich herb kritisiert und hat ihm vorgeworfen, der sei nicht mutig genug und so weiter. Also, Hegel wollte sich nicht damit zufrieden geben, dass wir das Ding an sich nicht erfassen können. Und das hat eben dazu geführt, dass ich mich angeregt durch die Literatur von Ken Wilber, also Ken Wilber ist für mich das Tor zur Mystik gewesen, also der ist, also man könnte so sagen im Bereich, der Mystik ist Ken Wilber für mich das, was Thomas Ring im Bereich der Astrologie war, weil der Ken Wilber hat, es hat sozusagen von seinem Naturell her, hat er, es war es ihm ein leichtes in seinen Büchern, meinen Widerwillen gegen das Dubiose, das ich in der Mystik bis dahin sah, meinen Widerwillen zu überwinden, indem er unglaublich trocken, rational, nüchtern an das Gebiet Mystik heranging und damit hat er mir sozusagen eine Tür geöffnet, weil ich fand das eben tatsächlich selbst früher tatsächlich obskur. Wie lange ist das her, dass du Ken Wilber kennengelernt hast? Wie lange das her ist? 15 Jahre? 15 Jahre, vielleicht sogar etwas mehr. Ich glaube, Anfang der 2000er Jahre war das, glaube ich. Und, okay, also durch Ken Wilber kam ich auf Hegel und durch Hegel kam ich, also was war der Schritt von Ken Wilber? Also, und der bezieht sich sehr stark auch auf Hegel und das kann ich kurz, wir kommen darauf später noch genauer zu sprechen, aber das kann ich kurz sagen, was ist das, was jemanden zur Mystik bringt, der so trocken rational ist, wie ich das eigentlich bin. Ich habe Mathematik und Physik studiert und ich bin dreifacher Stier. Ich bin wirklich sehr rational und ich bin jetzt, ich bin kein Mystiker, das würde ich niemals so sagen, aber ja, also Mystik ist für mich sozusagen etwas Faszinierendes und wieso? Und ich denke, das kann ich relativ leicht erklären. Wenn man, wenn man, also Hegel folgt, Hegel macht den Versuch auf strikt logische, rationale Weise, strikt logische, rationale Weise, die Rationalität zu transzendieren. Und das ist auch nötig und das erklärt ja, warum das nötig ist. Also der zentrale Begriff in Hegels Philosophie ist der Begriff. So, was sind Begriffe? Begriffe sind Unterteilungen der Realität und zwar jeder Begriff unterteilt die Realität in das, was zu diesem Begriff gehört und das, was nicht dazu gehört. Also sonst ist es kein Begriff. Also ich sage meinetwegen schwarz, dann gehört dazu alles das, dessen, also was kein Licht reflektiert sozusagen und alles andere ist nicht schwarz. Also jeder Begriff unterteilt die Welt in das, was unter diesem Begriff fällt und das, was nicht unter diesem Begriff fällt. Das heißt also, der Begriff, ein Begriff spaltet die Einheit der Realität, spaltet er auf, so könnte man das nennen, er spaltet sie auf, also aus einer Einheit, wo alles sozusagen eins ist, wird durch den Begriff etwas unterschieden. Also meinetwegen, ich habe einen Wald, das ist eine Einheit und dann kommt der Begriff Baum und dann werde ich von dieser Einheit in diesem Wald, aufgrund der Tatsache, dass ich den Begriff Baum habe, sehe ich auf einmal, dass der Wald Bäume, aus Bäumen besteht, scheinbar aus Bäumen besteht. Er besteht nicht aus Bäumen, aber es sieht so aus durch meine begriffliche Sicht, dass er aus Bäumen besteht. Wir gehen darauf später nochmal genauer ein, aber an dieser Stelle ist mir nur wichtig, durch die, durch Hegel und durch Ken Wilber, wurde mir deutlich, dass es möglich ist, auf rationalem Wege zu dem Punkt zu kommen, an dem ich rational erkennen kann, dass ich ab hier rational nicht mehr weiter kann. Das hat damit zu tun, dass, also, ich sag mal, der Mystik zugrunde liegt eine, wie nenne ich das jetzt, das ist, ich sag mal Erfahrung oder Intuition oder ein Wissen und das bedeutet, das gesamte Universum ist eine unteilbare Einheit. Das gesamte Universum, einschließlich uns allen und so weiter. Und zunächst einmal erscheint diese Aussage absurd, weil da sind Bäume, Menschen, Häuser, Elemente, da ist Volker und Peter, das ist doch nicht alles eins. Und zunächst einmal, und daran hängt sich die Logik dann auf, und das macht den Unterschied auch zwischen Rationalität und Mystik auf, logisch gesehen scheint diese Aussage unsinnig, dass alles eins ist, weil wir sehen eine unendliche Vielheit. Damit hat sich der Hegel auch sehr intensiv auseinandergesetzt und der spricht, wenn er von der gesamten, also von der gesamten Realität spricht, dann spricht er von der Totalität, ja, von der Totalität und ich würde jetzt einfach mal sagen, also unser gesamtes Universum, das ist eine Einheit und diese Einheit ist für uns, wenn wir logisch und rational an die Sache herangehen, ist sie, ist das eine unsinnige Behauptung. Und ich, durch Ken Wilber wurde mir dann, also er hat das einfach sehr gut dargestellt, da wurde mir klar, dass die Weisen, die Weisen, die Gurus, die Mystiker aller Zeiten, behaupten, dass aber, dass die Welt eine Einheit sei und dass die Vielheit der Welt, die wir wahrzunehmen meinen, dass die Maya ist, eine Illusion. Und ich musste wirklich 17 Monate im Gefängnis sein, um diesen Unsinn zu verstehen. Diesen Unsinn, der sagt, die Welt, die wir wahrnehmen, sei eine Illusion. Warum? Also, Moment, dann hast du aber den Ken Wilber zwar vor 20 Jahren kennengelernt, aber so richtig vertiefst hast du ihn erst dann in dieser Zeit. Ich war vor 20 Jahren absolut fasziniert von dem, was er schrieb und ich habe mich ja auch auseinandergesetzt, ich habe zum Beispiel Meister Eckart selbstverständlich, das ist einer meiner Lieblingsautoren aus der damaligen Zeit und ich finde, er ist ein Genie und er ist ein Mystiker und, aber er ist sowas von trocken rational, dass es einem die Schuhe auszieht. Also, es gibt keinen unchristlicheren Mystiker als ausgerechnet Meister Eckart. Meister Eckart wäre beinahe, wenn er nicht vorher gestorben wäre, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, weil er so einen Satz sagte wie Du bist Gott. Du bist Gott. Das ist ein Satz, den kann man erst einmal nicht verstehen. Der erscheint hybrid oder gotteslästerlich, aber nicht mehr, wenn man, ja, wenn man, man kann, und da hat Hegel mir geholfen und da hat Ken Wilber mir geholfen, der sich auf Hegel stützt und auch bezieht, man kann rational an den Punkt kommen, das ist jetzt für die Einführung zu lang, ich würde das jetzt gerne ausführen, aber das wäre zu lang. Wir würden dann jetzt da hängen bleiben. Aber man kann an den Punkt kommen, dass man rational versteht, an dieser Stelle komme ich mit Rationalität nicht mehr weiter, weil die Rationalität ist angewiesen auf Begriffe. Das Denken ist angewiesen auf Begriffe. Und Begriffe zerstören die Einheit des Universums und machen das, was man Dualität nennt. Also sie machen aus der Einheit etwas Duales. Und man kann die Einheit des Universums, die non-duale Wahrheit sozusagen, die kann man mit der Rationalität deshalb nicht verstehen, weil die Rationalität per Definitionem aufbaut, auf der Dualität. Jeder Begriff ist nichts anderes, als eine Erschaffung von Dualitäten. Das habe ich irgendwie in der ganzen Tiefe sozusagen, in diesen langen Monaten im Gefängnis, wo ich ja wirklich täglich manchmal bis zu fünf Stunden meditiert habe, das habe ich dort verstanden. Und seither ist es für mich so, dass, wenn mich jemand fragt, warum beschäftigst du dich mit Mystik, dann sage ich, weil das die logische Konsequenz meines ganzen Lebensentwurfs ist. Mein Lebensentwurf geht darauf, die Welt, die Menschen und mich zu verstehen. Und ich stoße schmerzhaft mit Kant an diese Grenze, an diese schmerzhafte Grenze, wo er sagt, es gibt diese Möglichkeit nicht, die Welt zu verstehen. Und ich spüre die Sehnsucht, dass ich über diese Grenze, dass ich diese Grenze transzendieren möchte. Und diese Sehnsucht wird durch die Mystik erfüllt, sagen die Mystiker. So, und ich stand damals vor der Frage, will ich das ernst nehmen und wie viel ist es mir wert, dass ich das ernst nehme? Wie viel bin ich bereit zu investieren, um, um, ähm, jetzt bin ich gerade, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil es wird dunkel und ich habe die Befürchtung, wie ist die Ausleuchtung? Okay, dann lasse ich das nochmal eine Zeit lang so. Also, ich, ähm, ich stöße an diese Grenze und die Mystik ist insofern die natürliche, eigentlich der natürliche nächste Schritt in meiner Entwicklung, weil die Mystiker versprechen, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Grenze zu transzendieren. Und die Mystiker sagen, das, das können, also selbstverständlich lässt sich das nicht erklären, rational, denn wir haben ja gerade festgestellt, dass die Rationalität dort an ihre Grenze stößt. aber wir können, wir können dich auch nicht ans Händchen nehmen, aber wir versprechen dir, wenn du einen bestimmten Weg gehst, dann kommst du, kannst du diese Grenze transzendieren. Wenn du einen bestimmten Weg gehst, dann kannst du die transzendieren. Und ich habe damals gedacht, okay, Peter, du hast die Dinge in deinem Leben, die dir besonders wichtig waren, erreicht. Also, du kannst doch das Risiko eingehen, wenn die Unsinn erzählen und du folgst ihren Weg, landest du in der Wüste und du stirbst tatsächlich dumm. also, das Risiko kannst du doch eingehen. Du bist, also was willst du sonst? Was willst du sonst? Also, habe ich mich entschieden, ich gehe diesen Weg, den die vorschlagen, ich gehe den einfach mal und schaue, ob der mich irgendwo hinbringt. Und ich mache das genauso, wie ich auch die Astrologie gemacht habe. Ich mache das mit maximaler Distanz und maximaler kritischer Distanz. Aber dir ist schon klar, was jetzt jeder Zuschauer sich fragt, hat der Peter den Zustand der Erleuchtung erreicht oder noch nicht? Auf solche Fragen antworte ich nicht und schon gar nicht in diesem ersten Teil. Ja, also, ich habe mir überlegt, okay, du gehst kein wirkliches Risiko ein. Du kannst das machen, du bist alt genug, du riskierst sozusagen keine Karriere und nichts. Das hast du alles gemacht und hinter dir und das genügt mir ja auch. Ich bin, was das angeht, was das gewöhnliche Leben, sage ich mal so, angeht, bin ich vollständig satt. Ich habe keinerlei Ehrgeizziele, keinerlei besondere Sehnsüchte. Ich bin satt. Ich kann, das kann ich hinter mir lassen und der nächste Schritt ist eben, ich lasse mich jetzt einfach, ich fange nochmal ganz von vorn an und ich lasse mich auf diesen Weg ein und lasse mich auf diesen Weg ein den Ken Wilber beschreibt durch viele, mit vielen Zitaten von berühmten Menschen, ich speziell bin orientiert an Sachen, an Leuten wie Aurobindo oder Krishnamurti, aber eben eigentlich durch Ken Wilber bin ich auf die gestoßen. Okay. Und Wie ist das mit Jakob Röme? Sagt kein Kommentar. Also, ich gehe jetzt einfach diesen Weg und habe das Gefühl, bis jetzt jedenfalls mal, dass die Versprechen eingelöst werden können, aber ganz anders, als ich das gedacht habe und als der normale Mensch sich das denkt. Also, es ist mir klar geworden, dass das eine tragische Fehlübersetzung ist, dass die Leute meinen, durch Meditation käme man zur Glückseligkeit. Das heißt, das Wort Glückseligkeit, jedenfalls mal im Deutschen, ist vollständig inadäquat und das ist auch gar nicht die richtige Übersetzung für das, was die, was da aus den indischen Texten sozusagen, also, Glückseligkeit im Sinne von Happiness oder so, ganz sicher nicht. Nicht. Das ist nicht der Zustand und das ist auch für mich nicht erstrebenswert. Danach strebe ich überhaupt gar nicht. Ich habe also einiges gelernt und ich merke ja, da sind, also, es sind auf diesem Wege durch Meditation, also im Prinzip, sagen sie ja, meditiere. Und das erste, was ich gelernt habe im Knast, ist, dass Meditation nicht, dass es sich hinsetzen und total entspannt sein. Nein, Meditation ist ein Zustand maximaler Konzentration und es geht darum, körperlich sich dabei nicht zu verspannen. Immer dann, wenn wir uns sehr konzentrieren, dann verspannen wir sehr schnell. Es geht darum, körperlich entspannt zu sein, aber es geht darum, absolut wach zu sein, vollständig konzentriert zu sein und das ist sehr, sehr schwierig, diesen Zustand aufrecht zu erhalten und dieser Zustand ist das Tor. Dieser Zustand, in den man dann kommt, ist das Tor. Das habe ich gelernt, das habe ich erfahren, sozusagen. Und ich habe erfahren, dass es wirklich schwierig ist, was ja eigentlich selbstverständlich vorher schon theoretisch klar war. Jenseits des Tores ist die Non-Dualität und die ist per Definition nicht begrifflich fassbar, weil Begriffe dual sind. Es ist vollständig verständlich für jeden logisch denkenden Menschen, dass Begriffe, die die Welt immer teilen in zwei Teile, dass die nicht geeignet sein können, das Non-Duale wahrzunehmen. und da habe ich mir gedacht, ich verstehe jetzt, warum die Mystiker Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich das jemandem erklären, dass es schwierig sein kann, Sachen in Worte zu fassen. Und das dauerte gar nicht lang, dann dachte ich, versuch doch mal, jemandem zu erklären, was grün ist. Wenn der noch nie grün gesehen hat oder farbenblind ist, gibt es keine Möglichkeit, in Worte zu fassen, was grün ist. Alle, alle, alle unsere sinnlichen Erfahrungen sind vollständig unerklärlich. Wenn wir jemandem sagen, erklären wollen, was grün ist, geht das nur, wie man in der Philosophie sagt, deiktisch. Das heißt, wir zeigen auf etwas Grünes und sagen, das ist grün. Wir können niemals sagen, grün setzt sich so und so zusammen. Wir können als Physiker sagen, grün hat die und die Wellenlänge. Aber dann müssen wir wieder rekurrieren auf Messinstrumente, die Wellenlängen messen. Das heißt, mit unseren Sinnen, da sagt der Physiker, kann gar nichts sagen. Das heißt also, das ist doch gar nicht so speziell, was die Mystiker dort sagen. Das ist doch gar nicht ungewöhnlich, dass sie sich nicht in Worte ausdrücken können, weil sie sagen, wie die sinnliche Erfahrung, auch die ist transrational. Die ist nur erfahrbar und niemals benennbar, außer indem ich ihr Namen gebe, aber niemals Erklärungen und niemals funktionale Zusammenhänge. Sie ist unmittelbar. Jede sinnliche Erfahrung ist unmittelbar und nicht vermittelt durch den Verstand. Wenn ich herkomme und das dann benenne, das ist jetzt grün, das ist vermittelt durch den Verstand, dann kommen die Begriffe ins Spiel, in dem Moment, wo ich das sozusagen einordne. Aber die Erfahrung selbst ist unmittelbar, also unvermittelt und das ist in der Mystik gar nichts Spezielles. Das war eine für mich sehr bedeutsame Einsicht, weil die Mystik damit entmystifiziert wurde, für mich. Und du gehst gerade langsam in den Schatten. Du brauchst glaube ich langsam Ja, genau und das passt ja vielleicht auch zum Thema. Langsam denke ich, sollten wir für ein bisschen mehr Licht sorgen, sonst wird das schwierig oder vielleicht auch an dieser Stelle eine Pause machen, damit ich für ein anderes, für ein besser beleuchtetes Ding sorgen kann. Ja, mach das. Denn es fehlt, zu der Übersicht fehlt halt noch der emotionale Teil. Wir machen jetzt eine Pause und du machst Licht und dann geht's weiter. Okay. Herzlich zurück in unserem ersten Gespräch Peter Niehenke, Dr. Peter Niehenke im Dialog bei Archetypische Kosmologie. Wir hatten kleine technische Ausleuchtungsfragen zu klären und jetzt geht es weiter mit Peter. Wir hatten die Mystik einigermaßen abgeschlossen im Überblick, das kommt ja noch ausführlich. Jetzt kommt als nächstes glaube ich Emotionalität. Ja, eben der Mensch besteht ja aus Körper, Geist und Seele, wenn man diese Einteilung mal eigentlich ist eine Einheit, wir haben darüber gerade ja vorhin gesprochen, es ist eigentlich eine Einheit, aber eben wir brauchen ja, wenn wir erkennen wollen, Erkenntnis ist eine Sache, die hat etwas mit dem Verstand zu tun, Erkennen hat etwas mit dem Verstand zu tun, Erfahren nicht, ja, also nur wenn wir es erkennen wollen, dann brauchen wir den Verstand, Verstand bedeutet eben die Einheit aufteilen, eben unterscheiden, das Wahrnehmen, aber eben wir sind emotionale Wesen und diese emotionale Seite, auf die möchte ich auch noch ein bisschen eingehen, die gehört ja sozusagen zu der Gegenwart besonders, besonders dazu, wie ist also meine Befindlichkeit und ja, du und ich, wir sind beide derselbe Jahrgang, das heißt also, wir gehen beide auf die 70 zu und es ist, wir sind in dieser, eigentlich in diesem goldenen, in dieser goldenen Zeit, wo uns im Prinzip ja nichts mehr passieren kann, das heißt also, wir haben unsere Rente oder was auch immer wir sozusagen als wirtschaftliche Absicherung haben, wir sind nicht mehr im Prozess des Erwerbenmüssens, für mich zum Beispiel gilt, ich brauche mir keine Gedanken machen, ob irgendetwas von dem, was ich tue, vielleicht, also ich kann keinen Job verlieren zum Beispiel, ja, da gibt es keinen Chef oder eine Firma, die sagen, das geht aber nicht, können Sie nicht machen, verlieren Sie Ihren Job, auch wirtschaftlich, also in dem Sinne, so wirtschaftliche Nachteile muss ich eigentlich nicht wirklich befürchten, ich bin zwar noch als Coach tätig und so weiter, aber das müsste nicht sein, ja, das heißt also, ich bin in diesem Sinne frei zu machen, was ich eigentlich machen will, es kommt noch dazu, dass ich keine Familie habe, die sagen könnte, hey, mit dem, was du da tust, gefährdest du uns, auch das habe ich nicht, das heißt also, es ist ein, ich empfinde das als sehr wohltuend, ein hohes Maß an Freiheit sozusagen, weil ich nicht aufpassen muss und mich nicht orientieren muss, es gibt keine Kinder, die sagen, hey, wenn du sowas machst, wie nackt durch die Stadt laufen, wir werden in der Schule lächerlich gemacht dafür oder so, alles das passiert nicht, bei meinen bürgerrechtlichen Aktivitäten ist keine Frau da, die sagen kann, du ruinierst unsere Familie mit dem, was du da machst, weil du, unser gesamtes Vermögen oder was, die Zukunft unserer Kinder, ich habe keine leiblichen Kinder, das heißt also, alle diese Sachen fallen bei mir weg und das gibt, das ist etwas, was emotional sehr bedeutsam ist für mich, es ist einfach eine, ein hohes Maß an Leichtigkeit, das es vermittelt und das ist etwas, mir sehr bedeutsam ist, diese, dieses Gefühl von Leichtigkeit und nicht eingezwängt sein, das was man Freiheit nennt und ich denke, das geht sehr vielen, ähm, Menschen würde das so gehen, dass das etwas ist, was man, was man sehr genießt. Natürlich kommt dazu, also ich habe vorhin ja so viel beschrieben, was mich alles interessiert, dass man denkt, wie macht der das eigentlich in 24 Stunden alles ähm, und trotzdem ist es so, dass ich, also, es ist, ich habe wenige verpflichtende, also verpflichtende Termine sind ja kein, es ist ja kein verpflichtender Termin, wann ich mir bei YouTube einen Vortrag anhöre, das kann ich ja machen, wann ich will, die sind alle gespeichert und so weiter. Das Einzige, was es, ich habe auch früher immer unterschieden, dass ich sagte, was unterscheidet eigentlich Hobby von Arbeit und, da ich mein Hobby zu meinem Beruf gemacht habe, also Astrologie zum Beispiel, äh, konnte ich, war es schwierig, das genau zu unterscheiden und ich habe dann gesagt, eigentlich Arbeit ist dann, wenn ich etwas zu einer bestimmten Zeit tun muss, sonst unterscheidet sich Arbeit bei mir eigentlich von Hobby gar nicht. es gibt natürlich, war so ein paar Dinge, die sind, also die Steuererklärung zählt jetzt nicht zu meinem Hobby, ja, und die Buchhaltung, aber es gibt so ein paar Dinge, administrative Art und so, die muss man tun, aber im Prinzip ist es so, dass alles das, was ich tue, seit Jahrzehnten, ist alles das, was ich tue, beruflich tue, womit ich mein Geld verdiene, das würde ich auch tun, wenn ich damit kein Geld verdienen würde. Das hätte ich auch getan aus Hobby, die Doktorarbeit, da habe ich auch kein Geld bekommen, da habe ich sieben Jahre lang daran gearbeitet, das könnte man Hobby nennen, sozusagen, ja, ich finde, es gibt also bei mir, und das passt zu meinem Mond und der Mond-Neptun-Konjunktion, die ich im zehnten Feld habe, dass ich zu dem, was ich beruflich tue, eine ausgesprochen persönliche Beziehung suche, also das typisch dafür rein, ich sage mal so, als Symbol oder wie man das nennen will, bei mir stand, als ich die Doktorarbeit machte, der Computer im Schlafzimmer, das passte sehr gut, also das, ich war sozusagen wirklich mit meinem Beruf oder mit dem, was ich tat, verheiratet, da ist irgendwie was dran, das ist also eine sehr emotionale Beziehung, die ich zu meiner Tätigkeit habe, was ja für einen Therapeuten und für einen Berater auch ausgesprochen angemessen ist. Also das ist etwas, dieses, dass ich aber nicht mehr, also das sind alles Dinge, die tue ich, aber nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss einen Termin einhalten, wird eigentlich aus dem Arbeit, was ich da tue. Ansonsten ist es Hobby oder manchmal sage ich auch Spieltrieb, also zum Beispiel meine Arbeit im Deutschen Astrologenverband als Vorsitzender, da war das, da habe ich sehr viel meinen Spieltrieb befriedigt. Also das heißt also einmal damals, ich war ja gerade mit dem Studium fertig, also einfach mal zu schauen, wie ist das, so ein Ding zu leiten. Das war so technischer Spieltrieb. Aber dann auch, was ich ja sehr schnell begonnen habe, war, dass ich Medienarbeit gemacht habe und das war ein ausgeprägter Spieltrieb. Welche Knöpfe muss man drücken, dass die Medien kommen und ein Interview machen? Wie muss man eine Pressemitteilung machen, dass die Leute sagen, oh, den wollen wir aber jetzt hören oder den wollen wir sehen oder den wollen wir mal, den wollen wir, also dieses Gefühl dafür zu entwickeln und für mich war das so ein bisschen wie auf einem Klavier spielen. Also ich wusste relativ gut, ich hatte so ein Gespür dafür, mit Mond, Neptun in 10, ist das ja auch nicht ungewöhnlich. Ich hatte so ein Gespür dafür, wie ich etwas formulieren muss, eine Pressemitteilung meinetwegen formulieren muss, damit die, damit die auch ankommt. Das war Spieltrieb. Also vieles von dem, was ich mache, ist Spieltrieb und ist Hobby, ist Vergnügen sozusagen. Auch da, wo ich mich anstrenge, ich habe mich jetzt technisch angestrengt für dieses Interview, dass das irgendwie anständig aussieht und so weiter. Auch das ist eigentlich Spieltrieb und Vergnügen. Also das ist ein wesentlicher Teil, dass ich entlastet bin, wie alle Rentner, entlastet bin von der Verpflichtung sozusagen für den Lebensunterhalt einer Familie oder so zu sorgen, sondern da ist sozusagen so eine Grundversorgung und ich kann dem Dingen folgen, die mir Spaß machen oder die ich wichtig finde. Und das ist etwas, was ich kultiviere und immer weiter kultiviere und auch kultiviert habe und ich nenne das meinen Impulsenfolgen. Man nennt das in der, wenn es, also wenn man sich mit seinem spirituellen Weg auseinandersetzt, wie ich das ja sehr intensiv tue, dann nennt man das eigentlich in der Gegenwart sein. Also in der Gegenwart sein heißt nicht irgendwie alles strukturieren, kontrollieren, planen, sondern den Impulsen vertrauen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mich ausliefere, meinetwegen, wenn ich ein jemand wäre, was man an meiner Figur sieht, bin ich wohl nicht, der extrem abhängig ist von Süßkramm, dann würde meinen Impulsenfolgen für mich jetzt nicht bedeuten, dass ich einfach diesen, dieser Gier erliege. Denn einerseits ist es natürlich so, das ist ein starker Impuls, wenn ich das, wenn ich meinetwegen Lust auf Süßes hätte, dann wäre das ein starker Impuls. Aber für mich bedeutet meinen Impulsenfolgen, dass ich allen meinen Impulsen folge und nicht nur einem. Also es ist schon richtig, zu sagen, ich folge meinen Impulsen und ich versuche, so wenig wie möglich einzugreifen. Also man kann das als Metapher, könnte man sagen, ich schaue mir beim, 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 ähm, Geschehen zu. Also sozusagen in einer Metapher gesagt, ich geschehe und ich schaue mir dabei zu, wie ich geschehe. So, das ist eigentlich mein Ideal. Das heißt also, ich lasse möglichst wenig, versuche ich zu stören, was passiert, wenn ich mich einfach dem Fluss überlasse. Also wenn, so wenig wie möglich intervenieren. Aber, bei dieser, was bedeutet es, also das Entscheidende ist, was bedeutet es, sich dem Fluss zu überlassen. Und das bedeutet für mich, ähm, in der Mitte sein und in der Mitte sein ist eine Metapher dafür, dass alle die Impulse, die man im Horoskop, wie wir als Astrologen ja überzeugt sind, sehr gut erkennen kann, dass ich allen meinen Impulsen ihrem, für mich typischen, individuellen Gewicht gemäß Raum gebe. Und wenn ich allen meinen Impulsen Raum gebe, dann gibt es, jemand, der ein bisschen was von Mathematik und Vektorrechnung versteht, der wird das jetzt verstehen, einen resultierenden Vektor, also Vektoren kann man sich vorstellen als Pfeile, die gehen in verschiedene Richtungen. Wenn ich hier alle aneinander anhänge, dann gibt es den Anfangspunkt vom ersten Vektor und den Endpunkt des letzten Vektors. Und wenn ich die Linie ziehe, das nennen wir einen resultierenden Vektor. Das ist die Streberichtung, die sich ergibt, wenn ich allen Streberichtungen gemäß, also ihrem Gewicht gemäß gerecht werde. Und diesem Impuls versuche ich zu folgen. Das heißt also, nicht irgendeinem partikularen Impuls, der irgendeine Gier, sondern es gibt ja auch einen Teil in mir, der möchte frei sein von Gier, der möchte sich emanzipieren von Ängsten und von Begierden und so weiter. Auch diesem Impuls will ich erfolgen. Aber ich will natürlich auch, das ist auch ein Impuls, das ich genießen will und auch ein Stück Kuchen essen will und so weiter. Aber ich will auch dem Impuls folgen, der sagt, du willst dich leicht fühlen. Du magst es nicht, wenn du sehr schwer bist, weil dich das so stark an die Erde bindet. Also diese, alle diese Impulse sozusagen in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen, das ist ja das, was wir als Astrologen versuchen, unseren Klienten zu vermitteln. Wenn wir sagen, werde der du bist, dann meinen wir damit, lebe im Einklang mit all diesen Kräften, die in deinem Horoskop symbolisiert sind. Lebe im Einklang mit all denen. Und das kann man üben, auch da hilft Meditation sehr. Man kann das üben, dass man in diesem Sinne in so einem Gleichgewicht ist, dass man, also das ist wie so eine Art Balancieren. Also Balancieren, aber nicht nur zweifach, also rechts und links, sondern es gibt viele, also zehn Ebenen sozusagen, die zehn Dimensionen, in denen ich übertrieben oder untertrieben sein kann sozusagen, die zehn von uns Astrologen benutzten Planetensymbole, die ja Motive verkörpern. Und da sozusagen ein Gleichgewicht herzustellen und mein Bild dafür ist, das, was man das Ich nennt oder das, was man meine Steuerungsinstanz in meinem Inneren nennt, das sollte im Schwerpunkt dieser ganzen Kräfte sein, sodass das im Gleichgewicht gehalten wird, wie so ein Mobile. Das ja auch im Gleichgewicht gehalten wird, wenn es im Schwerpunkt aufgehängt wird. Und das versuche ich sozusagen zu folgen und dem versuche ich zu folgen. Und das bedeutet, das meine ich damit, wenn ich sage, ich mache einfach, dass ich meinen Impulsen folge. Ich muss also nicht rational überlegen, was ist jetzt gut, was ist förderlich, sondern ich habe das Gefühl, dass es in meiner Psyche gibt es diese verschiedenen Instanzen, die diese verschiedenen Interessen sozusagen verkörpern. Und eigentlich muss ich nur dafür sorgen, dass ich in einem Zustand bin, der entspannt genug ist. und dann fühle ich die Resultierende und die fühle ich als Impuls. Impuls, diesen Weg zu gehen. Und das passiert mir in den letzten Jahren immer öfter, sehr oft, dass ich einem Weg folge und ich in dem Moment nicht genau verstehe, warum. Ich merke nur, ich sollte diesen Weg gehen. und manchmal ist das so, dass das, also ich sage ein Beispiel, darauf werden wir noch kommen, diese für viele von, als unglaublich schräg empfundene Aktionen oder die Aktionen damals, dass ich nackt durch die Stadt gelaufen bin. Das ist ja eigentlich für einen Ehrenvorsitzenden, Ehrenmitglied des DAV, was ich damals war, nicht mehr Vorsitzender, aber DAV-Mitglied, sozusagen jemand, der hatte einen Ruf zu verlieren und ich mache sowas. Also man kann ja nichts Verrückteres tun und es ist ja auch so, dass es tatsächlich meinem Ausbildungszentrum extrem geschadet hat. Also meinen wirtschaftlichen Interessen habe ich extrem damit geschadet und ich habe das damals getan, trotzdem. Und die Frage ist ja, darauf werden wir noch kommen, die Frage ist ja, wieso? Was also, war ich dort einfach verrückt, war ich nicht mehr zurechnungsfähig? Und ich folgte einem Impuls. Ich, erst heute, 10, 15, 20, fast 20 Jahre später, erst heute verstehe ich vollständig, was ich damals tat. Damals wusste ich viele Dinge. Ich wusste meine politische Motivation, und ich wusste meinen tiefen Affekt gegen die Verklemmtheit der katholischen Kirche, worüber wir in meiner Biografie noch ein bisschen reden werden. Diesen tiefen Affekt, den ich damit auch Ausdruck gab, ihr verklemmtes Pack, wie ihr mit dem Körperlichkeit umgeht, das ist bescheuert und krank und so weiter. Ich wusste um meine, dieses Revolutatum, was in mir ist und so weiter. Ich wusste aber auch um den Genuss, den das bedeutet. Aber ich wusste damals immer schon, da gibt es noch was. Ich spüre, da gibt es noch etwas und das kann ich noch nicht, also ich kann das nicht identifizieren. Das brauchte relativ lang, bis ich das identifizieren konnte. Aber ich spürte es. Ich spürte, es ist richtig, dass ich das jetzt tue, obwohl es mich wirtschaftlich an den Rand des Ruins irgendwie brachte, in der Folge, was dann daraus an anderen bürgerrechtlichen Aktivitäten ja noch entstand. Und ich würde sagen, heute würde ich sagen, es war für meine spirituelle Entwicklung eine sehr bedeutsame Entscheidung. Ich weiß heute, wie wichtig das war, was ich damals gemacht habe und kann das in einen Kontext einbauen. Also was ich versuche, ist dem zu vertrauen, was ich spüre. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem meiner aktuellen Klienten, einem junger Mann, der von mir gecoacht wird und der sagte ja, also wie machen Sie das denn? Also wie unterscheiden Sie denn, ob etwas einfach eine Gier ist oder ob das das Richtige ist? Also wie unterscheiden Sie das denn, dass Sie einer Gier folgen oder dass Sie sozusagen dieser resultierenden Kraft folgen? Ich kann das nicht unterscheiden. Ich spüre einfach, ich will irgendwas. Also damals bei diesem Nacktlaufen, das hätte doch auch sein können, dass das halt einfach eine Gier ist. Wie haben Sie das denn unterschieden? Und ich habe ihm da gesagt, ja, ich verstehe das sehr gut. Ich verstehe sehr gut dieses Problem. Heute würde ich sagen, wenn man, habe ich ihm gesagt, wenn man lange genug übt, dann kann man diese beiden Gefühle unterscheiden. Also man kann unterscheiden, was Gier ist und was, wie soll ich mal sagen, das Gefühl für den richtigen Weg ist. Das kann man gefühlsmäßig unterscheiden. Aber am Anfang ist das schwierig. Und ich habe auch lange gesucht, habe ich ihm gesagt, ich habe lange auch für mich gesucht, gibt es irgendwie etwas, gibt es so eine Art Messinstrument? Gibt es irgendwie was, gibt es irgendwie einen Indikator? Also religiöse Menschen würden sagen, Gott, gib mir ein Zeichen. Also lass jetzt diesen Busch da brennen oder irgendwie was, gib mir ein Zeichen. Also und ich habe mir auch überlegt, gibt es irgendwie was, was man, wo ich sagen könnte, okay, das ist vielleicht ein Indikator, der das unterscheidet. Und mir war klar, wenn es einen solchen Indikator gibt, dann kann das nicht sein, was auf, was auf Überlegungen basiert, auf rationalem Überlegen. Das muss irgendetwas sein, wie zum Beispiel ein Traum. Also etwas, was das Unbewusste produziert, etwas, was aus den Tiefen meiner Seele kommt. Und es muss also etwas Unwillkürliches sein. Und ich habe ihm gesagt, das ist jetzt sehr persönlich, aber es ist egal, ich habe mich entschieden, in diesem Interview sehr persönlich zu sein. Ich habe ihm gesagt, ich habe ausprobiert etwas, was, ich habe mich gefragt, was gibt es, was unwillkürlich ist und du als Reaktion nicht unter Kontrolle hast. Und dann fiel mir als Sexualtherapeut natürlich eine Erektion. Eine Erektion kann ich nicht, ich kann nicht sagen, ich will jetzt erigieren. Das geht nicht. Das ist etwas, das ist unwillkürlich. Und dann habe ich gedacht, eine Erektion könnte als Signalgeber gelten. Also eventuell wäre das ja möglich, dass man prüft, ob es eine, wenn man einen Gedanken, wenn man sich etwas vorstellt, vielleicht geht das ja, dass eine Erektion einem zeigt, das ist der richtige Weg. Das wäre was ganz, ganz Unwillkürliches und sehr unverdächtig, weil das kann ich nicht bewusst steuern. So. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht? Brauche ich jetzt nicht mehr. Aber am Anfang war das tatsächlich etwas, was ein Stück weit geholfen hat. Das heißt, ich habe eine unwillkürliche, körperliche Reaktion genommen, man könnte auch andere nehmen und habe die als Signal genommen. Und mein Klient experimentiert damit und hat auch ganz gute Erfahrungen. Also es geht darum, mit der Zeit ist es dann so, dass man das einfach spürt. Das ist jetzt, also man spürt sozusagen, hier ist jetzt Begierde im Spiel. Man merkt das an, man merkt das daran, dass man klebt zum Beispiel, an etwas klebt. Man merkt es daran, dass wenn man hat ein Ziel und wenn es nicht gelingt, dann ist man verärgert. Das sind alles Zeichen von Begierde. Wenn ich mich auf dem richtigen Weg begebe, dann ist es immer so, dass ich gehe diesen Weg und ich begegne irgendetwas und dem, was ich begegne, damit interagiere ich, damit arbeite ich sozusagen, aber ich habe keine Präferenz, was ich begegne, sondern ich nehme das an, was da ist. Und wenn ich merke, ich entwickle aber Präferenzen, ich will das und ich will das aber nicht, dann bin ich nicht im Flow. Dann bin ich nicht sozusagen im Einklang mit dieser Kraft. Das ist etwas für mich emotional sehr Bedeutsames und es hat dazu geführt, auch darüber werden wir noch etwas ausführlicher sprechen, es hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel dem Thema Tod und Sterben gegenüber in den letzten fünf bis zehn Jahren eine, das war ja schon immer ein Thema, ich habe auch in der Ausbildung gibt es einen Vortrag, der dort eine wichtige Rolle spielt in der Ausbildung, der heißt Sterben lernen, um leben zu können. Den kann man auf meiner Seite, glaube ich, ich weiß nicht genau, kann man glaube ich lesen. Also ich habe mich mit dem Thema Tod schon immer intensiver auseinandergesetzt und ich habe durch diese Art des Zugangs ein unglaublich entspanntes Verhältnis zum Thema Sterben und Tod gefunden, sodass ich wirklich, also man weiß ja nie, wie man reagieren würde, wenn es jetzt dann tatsächlich passiert oder es steht da jemand vor mir und will mich erschießen oder was auch immer, wie es dann tatsächlich wäre, aber etwas sehr, wiederum sehr Befreiendes ist, dass das Thema Sterben für mich vollständig bedeutungslos geworden ist, ob das heute ist oder morgen oder in zehn Jahren, es ist vollständig gleichgültig. Es ist ohne, ich habe keine Vorliebe dafür, länger zu leben, es ist mir völlig egal. Womit hängt das zusammen? Also da spielt auch ein bisschen Ratio herein in diese Haltung. Ich drücke das immer gerne ein bisschen scherzhaft aus. Ich sagte zu meinem jungen Neffen, der jetzt 18 ist, da war er 14, als wir über das Thema Tod sprachen, sagte ich zu ihm, weißt du Leon, die letzten 13 Milliarden Jahre, wenn wir einfach mal nur die Zeit unseres Universums nehmen, die letzten 13 Milliarden Jahre war ich nicht existent. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mich das gestört hätte. Also, warum sollte es mich stören, wenn ich die nächsten 13 Milliarden Jahre nicht existent bin? Also, warum sollte das mich stören? Es ist egal. Solange wir leben, haben wir Begierden und wir haben, und können leiden. Leid ist gebunden daran, dass wir leben. Aber wenn wir einfach nicht existent sind, dann gibt es auch kein Leid. Also, der Zustand des Nicht-Existenzseins zu fürchten, ist eigentlich unverständlich. Eigentlich ist es unverständlich. Ich weiß zwar, dass wir den fürchten, weil wir so gebaut sind, denn wenn wir den nicht fürchten würden, weiß ich gar nicht, ob es die Gattung Mensch überhaupt noch geben würde. Also, dann wäre das Sterben so leicht. Also, es muss irgendwie so etwas geben, was uns daran hindert, es gibt ja so schon trotz Selbsterhaltungstrieb allein in Deutschland jedes Jahr 10.000 Suizide. Und dabei sind Kinder und Jugendliche sogar dabei. Das heißt also, es muss eine Kraft geben, die uns daran hindert, es gar zu leicht zu tun. Aber eigentlich besteht keinerlei Grund, das zu fürchten. Also, für mich überhaupt kein Grund. Und ich weiß noch, wie der Leon sagte, ja, aber das ist ja schrecklich, gar nicht mehr existent zu sein, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann bin ich ja gar nicht mehr da. Dann sage ich, ja, ja, solange du da bist, mag dich der Gedanke ja stören, aber wenn du nicht mehr da bist, ist da kein Subjekt mehr, den das stören könnte, dass er nicht mehr da ist. Das heißt, das löst sich in Luft auf. Da ist kein Ich mehr, das dann leidet, dass es nicht existent ist. Wenn es nicht existent ist, dann kann es auch nicht leiden darüber, dass es nicht existent ist. Das ist so wie einschlafen und du bist dann einfach nicht mehr da. Du wachst halt einfach nicht wieder auf. Das ist sozusagen so der rationale, die rationale Metapher für dieses Gefühl. Und ich glaube, die ist etwas ganz Entscheidendes für meine emotionale, gegenwärtige Situation, dass das Todsein für mich sowieso bedeutungslos ist, aber auch das Sterben, das Einzige, was mir Angst machen würde, wäre zu krepieren, also wäre unter, also gefoltert werden und Schreckliches erleiden müssen, bevor man stirbt. Also ich sage ja, Leiden tut man, solange man lebt. Und bis man tot ist, diese Strecke, die kann sehr leidvoll sein, also Leben kann mir Angst machen. Das Leben, wenn es entsetzlich wird, durch irgendeine Krankheit oder durch irgendeine Verletzung oder durch irgendeinen Kriminellen, der irgendwas Schreckliches mit mir macht, das kann sehr, das kann sehr schrecklich sein, aber das hat eigentlich nichts mit dem Sterben zu tun. Das ist auch schrecklich, wenn ich gar nicht an diesem Tod bin. Also es gibt ja viele Menschen, die werden erschossen und überleben das. Also das hat nichts damit zu tun, zu sterben, sondern das hat was damit zu tun, zu leiden. Das kann mir Angst machen. Ich bin nicht frei von der Angst vor Schmerz. Aber ich bin ganz sicher frei von der Angst zu sterben. Also das ist im Gegenteil etwas zutiefst, zutiefst Beruhigendes. Wenn es die Hölle gibt, wenn es die Hölle geben sollte, dann heißt sie ewiges Leben, nicht sterben können. Das ist die Inkarnation der Hölle für mich. Das soll das Abschlusswort zu meiner emotionalen Situation sein. Das würde dann bedeuten, dass wir eventuell die Themen Thanatologie und Nahtoderfahrung und Reinkarnation eher nicht weiter vertiefen brauchen, weil es nicht zu deinem Weltbild gehört. Genau. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020